Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge... Alter, was war das denn? Okay, dann machen wir das schon mal ein bisschen hoch. Nein, willkommen hier zu einer neuen Folge Hardware Games. Heute mal mit dem Rider-Kit. Und ja, was ihr mit dem Rider-Kit bekommt, das habt ihr gerade schon gesehen. Und zwar bekommt ihr ein wunderbares Pferd, dem ihr reiten könnt. Das heißt, ihr habt die ganze Zeit ein Fortbewegungsmittel bei euch. Es sei denn, jemand tötet euer Pferd, das wäre natürlich nicht so cool. Es gibt natürlich auch Menschen, die das machen. Aber hey, ich hoffe einfach, dass dies nicht der Fall sein wird. Und dass niemand meinen Ferdinand tötet. Ihr könnt zwar auch auf dem Pferd kämpfen, aber ich glaube, das ist nicht so gut. Da ihr damit, glaube ich, eher eurem Pferd schaden würdet. Und ich würde, glaube ich, nicht auf dem Pferd kämpfen, es sei denn, ich verfolge jemanden. Hi! Tschüssi. Wunderschönen guten Tag. Bitte einmal sterben. Na komm. Unter Feuer stehe ich nicht so gerne. So, liebe Sandy, wie craftet man einen Sattel in Minecraft? Okay, drei Leder habe ich schon und jetzt brauche ich nur noch drei Eisen. Da ist ein Mini-Feast. Da haben wir die drei Eisen. Noch mehr Eisen. Und ein Rider-Geschenk. Oh Mann, besser geht's nicht. Jetzt habt ihr auch mal gesehen, was ihr machen könnt. Wenn ihr respawnt, könnt ihr einfach euch ein Geschenk aus dem Mini-Feast holen. Und habt somit euer Kit-Item wieder. Leider kein Kompass. Der fehlt mir natürlich immer noch. Aber vielleicht gibt es ja ein paar Spieler, die zum Mini-Feast rennen. Gut, dann renne ich mal ein bisschen mit meinem Pferd hier rum. Vielleicht finde ich ja den einen oder anderen Gegner. Oh, hallo. Da haben wir ja jemanden. Oder ganz viele. Guten Tag. Kann es sein, dass hier ein paar Poseidons unterwegs sind? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh Gott, was ist mit meinem Inventar? Erstmal einen Moment hier wegrennen. Hey, ich bin doch da. Ich muss nur kurz mit dem Inventar sortieren. Uiuiui. Sollte er dann hier für ein... Uiuiui. Sollte er dann hier für ein Diamantschwert? Weil das habe ich jetzt auch. Auf meinem Hottehüter bin ich schnell. Damit hat er nicht gerechnet. Wunderschönen guten Tag. Oh, oh. Oh, oh. Sollte er mal eine Poison. Nochmal eine Poison. Einen haben wir. Einen anderen. Wir kämpfen auf unserem Hottehü. Ne, er will unser Pferd töten. Das sehe ich nicht ein. Das ist uncool. Nicht unser Pferd töten hier. Da will ich das Pferd töten. Nein. Warum möchtest du mein Pferdchen töten? Das ist unfair. Kein Pferdchen töten. Tschüss. GG Da kann man auch eine Runde gewinnen, wenn man respawned ist, weil man ganz blöd gesuppt hat Und ja, ich hoffe, dass euch diese Runde gefallen hat Also theoretisch wollte ich für euch noch eine Gameplay aufnehmen, aber irgendwie starten die Server gerade nicht neu Deshalb hoffe ich, dass das morgige Türchen etwas länger für euch sein wird Und dass ihr dann auch ein zweites Gameplay habt und nicht nur ein kurzes Ich hoffe trotzdem, dass euch dieses Türchen ausreicht und würde mich sehr über eine positive Wertung freuen Wenn euch das Video gefallen hat Ansonsten hoffe ich, dass ihr morgen wieder einschaltet Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal Und bye